um menschen hast du dir was zu tun sind sich ihre ein geistet külken was er hier hast du der hände für mich ja okay von apple nur ich verstehe ipad nicht und macbook nicht sondern große ipod müssen die ipod war ein meilenstein obwohl eigentlich man muss sagen windows vorher schon auf die idee kam mit smart fürs machen so ist die autos ist smart jetzt mit windows ist das noch machen ein teil von wind er ist er auch sehr kontraproduktiv das war ein daimler wo er war schon wieder diamant je Prozent alles mitnehmen und dem bau man kann man kann man kann die Leute mehr ziehen das wäre lustig gewesen an der Stelle werdet mal Philipp ist ja überhaupt noch da der redet die ganze Zeit nichts fisch für Philipp angel der Brottenruhe ja stimmt ja ich äh vergaßt konzentriert waaah hab ich es verpasst aber dann ist wohl rechtlich gedrückt lassen wenn ich nicht loslos und das Ding hochziehen und so an der Waffen pro Pro und ich komme jetzt mal zurück es ist Tag oder Nacht Tag die St Griefer und noch in der selbst zu wird sich scheiße jemand einfach nur der Witz Bitte. Oh man, jetzt wollte ich gerade über dich springen. Ey, was soll ich machen? Ich kann nicht. Wir machen jetzt Freestyle, äh, wir machen jetzt einfach Angeln near the Fishes. Oh mein Gott, ey, wenn der Creeper mich erwischt. Das ist stylisches Angeln. Das sind zwölf Eisen für den Arsch, äh, zwölf Diamant. Das ist naturnahes Fischen. Die einen reden über das Fischen, der andere über das apokalyptische Ende des Diamantes. Ey, ich sag's euch, das wird nix. Ja, dann war doch, lachen wir sich selbst, ja. Ich verlieh alles. Sauwitzig. So witzig. So hardcore. Warum ist eigentlich diese Angel bei mir blau-weiß? Wegen der Milch. Wegen die Milch. Wegen die Milch, die so schön hat geprickelt in meinem Bauchnamen. In der Tat. Ach, und wer ist da hinter dem Stein? Der Versicherungsvertreter. What? Was zum Drachen? Ey, der Creeper, das ist jetzt der Versicherungsvertreter. Bei einem Skin hat er so einen Anzug an. Ach so, Grong-Skin? Äh, ja. Wo ist der hin? Hauptverkantfähig, was soll denn das? Ey, wo ist der? Wir sollten vielleicht mal mit dem Kronken Vertrag machen. Beziehungsweise ein Körnis. Nee, nee, ich kann mal unter Wasser angeln. Das ist doch mal eine innovative Idee, die Apple übernehmen könnte. Eben. Angelt Äpfel unter Wasser. Nicht Äpfel. Boah, Apfel, Apfel, Apfel. Ey, können wir den Wald einfach hier hinten abfackeln? Nein. Wieso nicht? Nein, der Creeper. Lauf. Nein. Halt, Halt. Ich hab nur noch viel Leben, ey, wenn ich sterbe. Hast du nicht noch Holz? Doch, hab ich. Hier, wo bist du? Nein, nicht du, Demichy. Bau ne Kiste, bring dich um. Merk dir die Koordinaten, lauf wieder hin. Ah, ich habe Creeper gekillt. Nein, da kommt noch einer. Verarsch mich. Verarsch mich. Ey, das wäre eigentlich saubel, wenn du so einen Monster-Spawner findest, wo einfach Creeper spawnen. Gibt's sowas? Nee, glaube ich nicht, oder? Hab ich noch nicht... Creeper-Spawner gibt's nicht. Schade, ey. Oder so einen Enderman-Spawner. Aber das wäre eigentlich ganz locker. Ja, das ist ja fast die End. Der Versicherungsvertäter, da ist er wieder. Nein, nein, nein. Nein. Ach, ich bin so scheiße. Ich wollte eigentlich angeln und ich setze einfach eine Fackel. Und ich bin unter Wasser. Ja, weil ich sehe das Teil, das geht unter. Also es geht doch unter. Und ich setze einfach eine Fackel. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ich bitte. Kein Staubsauger. Nein. Nein. Ich bin doch die xenophobische Abweichung davon. Wolle Ruste kaufen, ha, ha, ha. Eine Frage, wie ging nochmal Feuerzeug? Flint und Stil. Flint und Stil, deshalb heißt es Flint und Stil. So innovative. The fuck. Also diagonal, irgendeins ist oben, ich weiß nicht. Ich glaub Eisen ist oben. Ich würd aber nicht drauf wetten. Man kann doch einfach gucken, man kann's ja einfach umbauen. Ein Eis ist oben unten, weil du nimmst dann den Flint und reibst auf den Stil. Damit Feuer kommt. Rein logisch gesehen wär's so, ja. Aber wer weiß, wie Minecraft so tickt? Allein, dass Kühe schwimmen und das... Ich diese Scheiße. Ich hab kein Schwert mehr. Kriegt man kein Flint mehr. Und dass du jedes Tier mit Weizen zur Paarung anregst, ist ein Indiz dafür, dass Minecraft nicht immer ganz logisch ist. Nicht ganz. Nicht immer nicht ganz. Aber teilweise schon. Situationsabhängig. Hängig. Tiere und... Naja, das ist alles immer so bissl schon situationsabhängig. Oh Leute, ganz schlecht, ich find hier nicht mehr raus. Dann grab dich einfach nach oben und steck dich mit den Rohstoffen, die du durchs Rahmen erhalten hast. Nein. Nein. Nein, bitte. Nein, bitte. Nein, bitte. Nein, 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 nein. Die Lösung mit der Kiste wär einfach viel besser gewesen und hätten uns alle sehr viel Dramatiker und Gefühlsachterbahn gespart. Nein, 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 nein. Ich grad mich dann einfach später runter. Später? Wenn ich jetzt mache? Ja, ja, mach ich ja jetzt. Aber was kann ich dafür, wenn es scheiß geletzig in den Stein backt und mich dann angreifen kann? Scheiß, Scheiße. Scheiß, Scheiße. Scheiß, Scheiße. Scheiße ist schon scheiße. Das kann man so sagen. Das ist verdammt scheiße. Das ist richtig. Na. Ach, shit. Na. So richtig ist das jetzt auch nicht. Na. Na. So, jetzt nehme ich die Fisch, die so schön geprickelt hat, die so schön geprickelt hat in meinen Bauchnabeln. Da f***, mach egal. Und ich guck mich um. Shit, alter. Ich steig auf auf den Dreck. Dreh den Swag auf. Schau kurz in den... Sag was up. Yeah. Get money won't. Steige aus dem Dreck. Zieh den Weg auf. In Swag. Schau kurz in den Pickel, sag what up. Well. Well. Ich will ihn nicht, lol. Minus 130. Scheiße, ich muss ich aus dem Farben. Was? Ich habe ja Physik aufgeschrieben. Naja, egal. Das geht schon noch. Fällt gerade ein, es ist wirklich immer noch ein Let's Play. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Ja, teilweise vergisst man das. Also ich mag das nicht. Nein, Deal, nein. Der wird ja auch mal weg, ey. Dass sie die verabschieden. Ich bin... Ich bin... Weg. Der schreibt mich auch nicht mehr an, ne? Hat ja auch mal jetzt mal sagen können, ja, mein Internet... Oder Minecraft ist abgestürzt oder so, ich kann jetzt nicht mehr kommen. Aber nö. Nix. So, ich geh... Jetzt noch das Ding holen. Minus 340. Ich sag gerade... So, ich geh... Jetzt noch das Ding holen. Vor allem war das einfach saufhassend, weil ich so... Geil, das sagt ja nett mal, dass er jetzt gehen wird. Mein Minecraft ist abgestürzt oder ich muss jetzt gehen oder so. So, ich geh... Jetzt noch das Ding lang bringen. Holen. Oh, bleib. Alter, ist das saukool mit der Farm hier. Da wirst du doch kein Gras draufkriegen. Ich bin Gras schön. Nein, ich darf nicht die Tiere töten mit deiner Angel. Nein, ich darf nicht die Tiere töten mit deiner Angel.